Schau, die Beni-Challenge im Disney-Channel. Was in meiner Show passiert, bestimmt ihr. Seid ihr bereit? Na dann los! Was denn? Was wohl? Ich wollte zum Baden, ich bin total urlaubsreif. Es ist kein Urlaubsantrag vorliegend. Alles klar, starte den Zufallsgenerator. Bob, acht Jahre, aus Moers schreibt, Beni, schaffst du es, einen T-Rex zu streicheln? Silly, ganz ehrlich, ein T-Rex ist... Keine... Ja, aber der kann... Faulen... Das ist doch gefehlt... Ausreden. T-Rex streicheln? Der Tyrannosaurus Rex. Sowas wie der Superstar unter den Dinos. Mein Weg führt mich als erstes ins alten Nih-Tal. Denn dort bin ich schon mal ein paar Dinosauriern begegnet. Oh ne, ich stecke fest. Aber da geht der Weg weiter. Ich muss tiefer in den Wald. Muss ich wohl zu Fuß weiterlaufen. Diese Region ist bekannt für seine spektakulären Dinosaurier-Funde. Und mit ein bisschen Glück könnte ich hier heute vielleicht noch einem begegnen. Der Brachiosaurus. Der könnte locker bei euch im sechsten Stockwerk durchs Fenster gucken. Aber vor einem Brachiosaurus müsste ich mich gar nicht fürchten, denn er war ein reiner Pflanzenfresser. Und das Lustigste ist, er konnte nicht kauen und musste deshalb immer riesengroße Steine verschlucken, die die Pflanzen in seinem Magen zerkleinert haben. Hier gibt es jede Menge lebensgroße Dinosaurier-Modelle. Da gucke ich mich doch mal ein bisschen um. Der Pteranodon galt gar nicht wirklich als Dino, weil er an Land lebte, sondern als Flugechse. Jetzt stellt euch mal vor, sowas würde über euren Köpfen vorbeifliegen. Vielleicht doch nicht so schlecht, dass diese Urzeitriesen vor über 65 Millionen Jahren ausgestorben sind. Macht meine heutige Aufgabe aber nicht gerade leichter. Der Spinosaurus gilt als das größte Raubtier, das jemals an Land gelebt hat. Er war also noch größer als der T-Rex. Und er hat sich vorwiegend von riesengroßen Fischen ernährt. Bisher hat man rund 700 Dinosaurier-Arten entdeckt. Aber ich brauche eben einen ganz bestimmten. Das gibt's doch nicht. Hier habe ich tatsächlich einen gefunden. Ein Tyrannosaurus Rex. Einer der gefürchtetsten Dinosaurier, die jemals auf unserer Erde gelebt haben. Aber der sieht nicht mehr so frisch aus. Ich glaube, der bringt mich für meine Challenge nicht weiter. Urzeitkrebse. Passt auf. In diesen kleinen Tütchen sind Urzeitkrebs-Eier. Und wenn man die jetzt ins Wasser gibt, dann sollten nach ein bis zwei Tagen ganz kleine Urzeittiere schlüpfen. Okay, ich gebe es zu. Da kommt natürlich kein T-Rex raus. Aber vielleicht Tiere, die schon vor zig Millionen Jahren bei uns gelebt haben. Bisschen Sauerstoff ins Wasser? Ich bin total gespannt, wie die aussehen werden. Zoe, Zoe, ich glaube, das mit dem T-Rex, das kann ich vergessen. Du kannst doch nicht aufgeben. Vielleicht solltest du erstmal versuchen rauszufinden, woher wir so viel über Dinos wissen. Und wo soll ich da hin? Ich denke, ich habe genau die richtige Adresse für dich. Alles klar. Das hier ist nicht nur ein Steinbruch für Sollenhofener Natursteine. Guckt mal, wie dünn die teilweise sind. Sondern es handelt sich hier aber auch um eine der weltberühmtesten Fundstätten für Fossilien. Vielleicht komme ich hier weiter. Geologe und Paläontologe, Herr Dr. Martin Röper. Hallo, Herr Röper. Hallo, Benni. Herzlich willkommen hier in Sollenhofen. Vielen Dank, Herr Röper. Meine Challenge lautet, ich soll es schaffen, einen echten T-Rex zu streicheln. Bin ich dafür eigentlich richtig? Im Grunde genommen ja. Aber da musst du natürlich hingehen und die Steine hier nehmen und wie in einem Buch der Erdgeschichte lesen. Und irgendwann kommt die Seite genau aufgeschlagen, wo die Geschichte auch der Dinosaurier geschrieben ist. Und dann kann man anhand dieser Funde rekonstruieren, wie die damals ausgesehen haben müssen. Kann man sogar sehr genau, weil wir finden hier nicht nur die Skelette von den Dinosauriern in den Juraplattenkalken von Sollenhofen, sondern auch die Weichteile, Muskeln, Haare und sogar die Abdrücke von Blutgefäßsystemen. Wurde denn hier schon mal ein Dinosaurier gefunden? Ja, eigentlich einen, an den man gar nicht denkt. Nämlich den Archeoptrix, das berühmteste Fossil der Erde schlechthin. Könnte es denn sein, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, dass ich hier auch irgendwas finden kann? Ja, da muss ich nur sagen, ran an die Platten, Spalten, Spalten. Derjenige, der die meisten Platten spaltet, werdet auch die meisten Fossilien finden. Okay, dann gebe ich mir mal Mühe. Der Hassan ist seit über 20 Jahren hier tätig und wir beide brechen jetzt erstmal mit dem Bagger den sogenannten Steinstock aus der Erdschicht. Los geht's, Hassan! Und jetzt schauen wir, ob wir da drin eine Fossilie finden. Harte Arbeit, aber von nichts kommt nichts. Okay, jetzt fange ich mal an. Ich brauche nur noch Werkzeug, Hassan! Hammer und Maisel, komm. Hassan, danke schön! Mal sehen, was uns diese Gesteinsschichten über unsere Erdgeschichte erzählen können. Viel zu klein! Nichts! Na gut, gleich ein Dinoskelett zu finden wäre wohl doch zu viel erwartet. Aber nach ein paar Stunden Hämmern war dann doch noch was für mich dabei. Jetzt haltet euch fest! Mein fettester Fund heute, ein Kopffüßer, ein sogenannter Ammonit. Guckt mal! Ganz vorsichtig! Sieht ein bisschen aus wie ein schneckenartiges Gebilde. Und das, was da so glänzt, sind Kristalle, die sich über die Millionen von Jahren in den Hohlräumen gebildet haben. Ziemlich cool, bestimmt eine Menge wert, aber bringt mich mit dem T-Rex noch nicht wirklich näher. Äh, Zoe! Zoe! Ich bin fix und fertig! Und jetzt? Erstmal schleunigst ab mit dir in die Falle. Es könnte morgen nämlich sehr früh für dich weitergehen. Okay! Danke! Zoe, was denn? Zack, zack, aufstehen! Es ist mitten in der Nacht! Nix da! Du hast jetzt ein Meeting mit einem Wissenschaftler! Wieso denn so früh? Na ja, früh ist Ansichtssache. Los, jetzt raus aus den Federn! Der Professor wartet auf dich! Und wo? Na, in deinem Büro! Okay! Wer ist schon da? Dr. Scott Hocknell! Guten Morgen! Bei uns hier ist gerade schon Nachmittag. Ich muss euch unbedingt erzählen, wo Scott gerade ist. Er ist nämlich in Australien, in Brisbane. Und jetzt guckt mal, ähm, hier oben seht ihr Europa. Hier sitze ich gerade ungefähr. Und wenn man schlappe 16.000 Kilometer hier rüberfliegt, landet man in Australien und dann hier in Brisbane. Scott, you're the first person... Stimmt es tatsächlich, dass du einen bisher unbekannten Dinosaurier entdeckt hast? Absolut! Und zwar einen echt großen. Er heißt Australotitan. Ich zeig dir mal, wie groß er damals wirklich war. Ich kann ihn leider nicht in diesen kleinen Raum bringen, aber ich habe ein Modell hier. Schau dir das mal an. Das wäre die Größe eines Menschen neben dem Australotitan. Australiens größter Dinosaurier. Aber woher weiß man denn so genau, wie er ausgesehen hat? Wir haben Knochen des Dinosauriers gefunden. Um dir mal einen Eindruck zu geben, zeige ich dir mal einen. Das ist der Mittelhandknochen, der sogenannte Metakarpus. Das ist der Mittelhandknochen eines Sauropod-Dinosauriers. Ein naher Verwandter des Australotitan. Und davon gibt es Hunderte. Wir stellen diese Knochen alle zusammen und arbeiten heraus, wie der Dinosaurier ausgesehen hat. Und wir versuchen herauszufinden, welche Farbe er gehabt haben könnte. Da hinten, neben meinem Hut, kannst du ein Bild vom Australotitan sehen. Der war Pflanzenfresser. Für meine Challenge muss ich aber leider einen T-Rex streicheln. Hinter dir sehe ich ein paar Krallen. Sind die von einem T-Rex? Die sind nicht von einem T-Rex. Aber es gibt einen anderen australischen Dinosaurier, dem ich seinen Namen gegeben habe. Wir haben Australotitan, den Giganten des Südens. Aber schau dir mal den an. Das ist der Australovenetor, der Jäger des Südens. Hier haben wir die Klauen des Australovenetor. Ein bisschen anders als beim T-Rex. Der T-Rex hatte nur zwei Finger und die waren sehr, sehr klein im Vergleich zu seinem ganzen Körper. Der Australovenetor dagegen war sechs Meter lang. Nur die Hälfte des T-Rex. Aber er hatte riesige Klauen, um seine Beute zu reißen, anzugreifen und zu fressen. Deine Challenge ist es, einen T-Rex zu streicheln? Glaubst du, das ist eine gute Idee? Ich wünsche dir viel Glück. Und sei vorsichtig. Pass auf, dass du nicht in seinen Magen landest. Okay, ich versuch's. Danke, Scott. Und viele Grüße nach Australien. Okay, viel Glück. Also der ist auch nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Jetzt muss ich aber erstmal einen T-Rex finden. Wo leben heutzutage echte Dinosaurier? Ganz klar. Auf einem Schloss natürlich. Und vielleicht finde ich hier ja auch einen richtigen T-Rex. Gut, ich geb's zu, die Dinos hier sind nicht wirklich lebendig. Oder vielleicht doch? Ha! Und schon habe ich einen Tyrannosaurus Rex gestreichelt. Äh, Siri? Zählt das? Ein überdeutliches Nein! Hab ich befürchtet. Der ist natürlich nicht echt. Ich brauch irgendjemanden, der mir weiterhelfen kann. Chrissi, der Ranger hier. Chrissi, warte! Tschuldige! Hey, Beni! Hallo! Was machst du hier? Ich hab folgende Challenge heute. Pass auf. Ich soll es schaffen, einen T-Rex zu streicheln. Und ich dachte, vielleicht geht das hier. Aber ich glaube, ich hab ein kleines Problem. Beni, ich sag dir eins. Du hast ein Riesenproblem. T-Rex gibt's eigentlich keine wirklichen hier. Aber unser Veli, das ist dein Problem. Wer ist denn Veli? Ah, Entschuldige. Veli, das ist unser Veloziraptor. Vier Meter lang. Solche Augen, messerscharfe Zähne. Und 50 kmh schnell. Und der ist wirklich gefährlich. Du willst mir sagen, dass hier ein Veloziraptor rumläuft? Ja, tut mir leid, der ist aus dem Gehege ausgebrochen. Und ich bin dabei, nach ihm zu suchen und ihn einzufangen. Und was macht der, wenn der uns erwischt? Also, meinen Geruch kennt er. Nur du bist für ihn komplett neu. Deinen Geruch kennt er nicht. Und für ihn bist du gutes Futter. Oh, ich glaub, da kommt der. Was mach ich jetzt? Ich hau ab! Ruhig, ruhig, bleib stehen. Ich kann nicht gleich laufen. Nein, für den bist du Futter. Hey, ho, ho, Veli, Veli, ruhig, 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 ruhig. Ruhig, 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 ruhig. Ruhig, 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 ruhig. Hast du ihn? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn jetzt. Ich glaub, ich mach mich lieber vom Acker. Ah, ja! Es ist ja wirklich cool hier, nur leider hab ich keinen echten T-Rex gefunden, den ich streicheln könnte. Dafür einen, auf dem man reiten kann. Zählt aber nicht für meine Challenge. Zoe, was könnte ich denn noch versuchen? Ab ins Office. Du hast da was mit der Post bekommen. Post? Okay, danke dir. Na gut, dann reiten wir beide jetzt zurück in mein Büro. Na komm, gib Gas! Hä? Was ist denn hier los? Wie cool! Was mach ich damit? Eine Virtual-Reality-Brille. Ähm, so nah wirst du einem T-Rex nie wieder kommen. Aber Vorsicht, er ist hungrig. Viel Spaß! Wow! Wo bin ich denn jetzt? Da ist noch ein Controller. Ich bin in einer Art Labor. Da ist ein Durchgang! Wie cool! Oh oh! Schaut mal hier, meine Hand. Oh, die verschwindet! Oh oh! Und es vibriert! Ich glaub, da muss ich durch. Oh! Wie abgefahren ist das denn? Das ist eine Art Schlucht. In einer komplett anderen Welt. Oh! Da sind Flugsaurier! Schnell rein da! Das ist ein Aufzug. Ich glaub, ich muss weiter nach oben. Jetzt geht's nach oben! Oh je! Wo komm ich da nur raus? Oh oh! Oh je! Wo bin ich denn jetzt? Oh man, ist das hoch! Oh! Da kommt jemand! Das ist ein T-Rex! Kommt genau auf mich zu! Oh oh! Und es ist jetzt hungrig! Hey! Ich tu dir nichts! Oh! Da beruhigt mich an! Da hat Hunger! Hier! Schau mal! Leckerer Dino-Salat! Bitte schön! Oh oh! Mach er nicht! Weg damit! Oh! Da ist das hoch! Da! Ein schönes Stückchen Fleisch! Ah! Okay! Das ist schon eher was! Für einen Dino! Wie den Tyrannosaurus Rex! Nicht mal! Oh! Ich glaub das macht er! Vorsichtig! Schlapp mir die Zähne! Und? Es gibt's doch nicht! Ich hab echt nen T-Rex gefüttert! Vielleicht kann ich ihn sogar streicheln! Beni! Was denn, Zoe? Das zählt nicht! Ich bin mitten im Spiel! Deinen T-Rex gibt's ja nur in einer virtuellen Welt! Da hast ja recht! Und wo soll ich hin? Zu einem echten T-Rex natürlich! Alles klar! Für die meisten Dinosaurier-Skelette, die man in Museen sieht, werden die Knochen aus Kunstharz nachgebildet! Guckt mal! Das hier ist der Schädel eines T-Rex! Kunstharz, aber haltet euch fest! Hier hinter dem Auge befindet sich tatsächlich ein echter, versteinerter T-Rex-Knochen! Das ist dieses kleine, dunkle Teil hier! Und wenn man jetzt immer so weiterbauen würde, dann sieht das Ganze am Ende so aus! Paläontologe Dr. Frederik Spindler! Hi Freddy! Hallo, Beni! Grüß dich! Freddy, wer steht da hinter uns? Hinter uns steht Rocky, das ist ein Tyrannosaurus Rex und der ist noch nicht mal ganz ausgewachsen! Ist da jetzt sogar auch ein kleines Stückchen echter T-Rex-Knochen dabei? Nicht nur ein kleines Stückchen, eigentlich ist über die Hälfte von dem echter, versteinerter Knochen! Das ist eine Sensation! Wo wurde der gefunden? Der stammt aus den USA, aus Amerika und zwar in South Dakota! Freddy, meine Challenge lautet heute, ich soll es schaffen, einen echten T-Rex zu streicheln! Der hält still, kannst du gerne probieren! Das reicht mir leider nicht, aber ich hab noch ne Idee! Warte mal! Ich habe hier Bernstein und da wurde ein Insekt eingeschlossen, vor mehreren Millionen Jahren. Und im Film hab ich mal gesehen, dass aus der DNA, also dem Erbgut, das eine Mücke einem Dino rausgesogen hat, dann ein neuer Dino entwickelt werden konnte. Das ist eine super Idee für ein Buch und für einen Film. Funktioniert leider in der Wirklichkeit nicht, weil, wenn dieses Insekt das Blut trinkt, verdaut es das Blut. Und selbst ohne das Verdauen, so ne DNS, so ne DNA, die verschwindet einfach, die zerfällt! Die hat einfach ne Halbwertszeit und irgendwann ist sie weg, da kannst du nichts dagegen tun! Also, gute Idee, aber das war's! Ach nee, dann kann ich das Ganze ja total vergessen! Gib nicht gleich auf! Versuch's mal in der näheren Verwandtschaft! Wer ist denn mit dem Tyrannosaurus näher verwandt? Kurz nachdenken! Ich glaub, da gibt's ne Lösung! Ich hab's! Ich glaub, ich hab die richtigen Tiere gefunden! Wen haben wir da, Christine? Das ist ein Plauzumskink und du hast eine Bautagami! Die sehen doch auch aus wie Mini-Dinosaurier! Aber so nahe sind die mit den Dinosauriern jetzt auch nicht mehr verwandt! Oh, äh, schade! Zoe! Und? Ich hab die Lösung! Gallus Gallus Domesticus! Gallus was? Do-mes-ti-kus! Aber wer ist dieser Gallus Gallus Domesticus? Um das herauszufinden, mach ich mich auf zum Bio-Freilandhof Zeheltmeier! Ob ihr's glaubt oder nicht, der näheste Verwandte zum T-Rex ist tatsächlich unser Haushun! Kann man sich fast nicht vorstellen, aber wenn ihr euch jetzt mal den Körperbau und besonders die Füße anguckt, da ist schon eine deutliche Ähnlichkeit dabei! Außerdem hat ein Forscherteam von über 170 Wissenschaftlern das Erbgut unseres Huhns entschlüsselt und konnte eine direkte Verbindung zum T-Rex feststellen! Und wenn ich jetzt dieses Huhn hier streiche, dann hab ich ja meine Challenge fast bestanden! Äh, es könnte aber auch sein, dass Silly heute mal wieder ein bisschen streng ist mit mir, oder Silly? Korrekt! Ah! Ah! Okay! Ah! Aber ne andere Möglichkeit hab ich leider nicht! Äh, das heißt, ich glaub die Challenge, die hab ich heut nicht bestanden! Mal gucken, ob... Ach, ne! Challenge nicht bestanden und das mit den Urzahlkrebsen sieht irgendwie auch nicht erfolgreich aus! Hallo! Hat denn jemand geschlüpft? Ach! Ach! Was ist das denn? Hier! Ne! Nur ein Staubkorn! Und ich glaub jetzt kann nur noch ne gute Bewertung von Silly meine Laune retten! Silly, wie sieht's aus? 3 Punkte für Kreativität! Jedoch für Mut und Action jeweils nur einen Punkt! Ach komm schon! Und... Das heißt? Du ahnst es! Ach! Und was soll ich tun? Du darfst eine tragende Rolle übernehmen! Hä? Bin da! Wer noch? Ja, jetzt! Ob ihr's glaubt oder nicht, ich darf jetzt hier gleich die Dino-Show übernehmen! Mit diesem Spinosaurus! Junge, bist du schwer! Ja, ist ja gut! Und Mundgeruch! So, und ihr überlegt euch schon mal ne neue Challenge-Idee für mich und schickt sie mir an beni-at-disney-channel.de Bis zum nächsten Mal! Tschau!